Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine Rückert und Andreas Senke, die normalerweise an dieser Stelle Verbrechen präsentieren, sind immer noch im wohlverdienten Urlaub und mein Kollege Daniel Müller und ich vertreten die beiden heute nochmal. Ich darf zuerst dich, lieber Daniel, vorstellen. Du bist nicht nur einer der Kriminalreporter der Zeit, du bist auch der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Anne Kunze, ich bin Reporterin im Investigativressor der Zeit und gehe in dieser Funktion auch häufig Kriminalfällen nach. Ganz zu Beginn darf ich auf ein Buch hinweisen. Es ist schon das dritte Buch, das zu diesem Podcast erscheint. In diesem Buch sind spannende Kriminalreportagen gesammelt, die auch hier im Podcast vorgestellt wurden. Zum Beispiel gibt es in diesem Buch eine wunderbare Recherche von Sabine Rückert über das Profiling, die Tat und Analyse. Und in dem Buch ist zu jeder Recherche allerhand Zusatzmaterial aus den Akten, Bilder, aus Überwachungskameras und so weiter. Also es ist ein sehr schönes Produkt, das es ab sofort im Zeitshop zu bestellen gibt. Heute, lieber Daniel, wollen wir über ein Verbrechen sprechen, das ein Beben in ganz Deutschland ausgelöst hat. Ein Beben, das bis in die Regierung hineinreichte. Es ist der Tod von Daniel H. im August 2018 in Chemnitz. Der Tod von Daniel H. hatte auch enorme politische Auswirkungen. Eine Folge der Auseinandersetzungen war, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen gehen musste. Du schreibst in einem deiner Texte über den Fall, in Chemnitz verdichteten sich all jene Probleme, die Deutschlands seit der Migrationskrise 2015 bewegen. Kannst du uns einmal mitnehmen in diese Zeit, in den August 2018 als Daniel H. starb? Welche Themen bewegten zu dieser Zeit die Gesellschaft? Also ich glaube, wir müssten dann vielleicht nochmal einmal drei Jahre zurückgehen, um den Anfang des Ganzen zu verstehen. Ins Jahr 2015, in das Jahr also, in dem mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen als jemals zuvor in so kurzer Zeit. Das berühmte Wir schaffen das. Von Angela Merkel wird es in die Geschichtsbücher schaffen. Deutschland hatte damals viel darüber geredet, ist es zu schaffen, so viele Menschen aufzunehmen? Ist es nicht unsere Pflicht, so viele Menschen aufzunehmen? Es gab diese große Willkommensfeier am Münchner Hauptbahnhof, an die wir uns vielleicht alle erinnern, als Flüchtlinge dort mit den Zügen ankamen und die Münchner sie willkommen hießen, ihnen Klamotten überreichten, Lebensmittel überreichten. Und es gab eine enorme Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft. Es war für mich damals Augen öffnend, dass dieses Land so willkommen heißend sein kann. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, jetzt geht quasi ein sehr positiver Ruck durch Deutschland, der sich dann allerdings leider sehr schnell veränderte, dahingehend, dass zum einen politische Kräfte, in erster Linie die AfD, aber nachgeordnet durchaus auch die CSU und in Teilen auch die CDU gegen ihre eigene Kanzlerin wetterten und aufgrund einiger weniger Vorkommnisse, einiger Gewalttaten, die von Flüchtlingen begangen wurden, eine gesamte Gruppe an geflüchteten Menschen vorverurteilten und im Grunde genommen diese gesamte Menschengruppe aus dem Land jagen wollte. Und nun standen sich also in Deutschland über Jahre, 2015, 16, 17, 18, diese Parteien gegenüber, feindlich gesinnt. Ich schreibe an einer Stelle, und da kommen wir dann später zu, in Chemnitz dann wirklich, literally gegenüber, wie Bürgerkriegsparteien beide vollkommen überzeugt von ihrer Art, diese Migration zu begreifen und der Angst auf der einen Seite um Deutschland und der Angst um das schützenswerte Leben auf der anderen Seite aller Geflüchteten. Und das spitzte sich immer mehr zu. Wir hatten also 2016 und 2017 Rekordzahlen in Sachen Übergriffe auf Flüchtlinge, auf Flüchtlingsunterkünfte. Und 2018 hat sich das dann alles zwar in diesen konkreten Übergriffen ein bisschen beruhigt, man hatte eigentlich das Gefühl, jetzt ist es so ein bisschen, sind wir auf einem besseren Weg, auch weil die Bundestagswahl 2017 hinter uns lag, diese ganze große Stimmungsmache so ein bisschen abgekocht war und mitten in diese eigentliche, aus meiner Warte jedenfalls, ein bisschen rezessive Phase kam diese Nacht zum 26. August 2018 hinein und brach alles wieder auf. Lass uns doch diese Tat, Daniel, mal ganz genau anschauen. Was ist genau geschehen? Was kannst du sagen über diese Nacht zum 26. August um drei Uhr morgens? In dieser Nacht und an dem ganzen Wochenende gab es in Chemnitz ein Stadtfest zum 875-jährigen Stadtjubiläum. Die ganze Stadt war geschmückt. Es gab ein großes Volksfest. Bands sind aufgetreten. Es gab viele Getränkestände, Essensstände. Die Chemnitzer waren auf den Straßen. Eine Feierstimmung eigentlich. Eigentlich eine absolute Feierstimmung. Der Daniel H., ein Tischler, 35 Jahre alt, mit einem kubanischen Vater und einer deutschen Mutter in Chemnitz aufgewachsen, sein ganzes Leben lang auch in Chemnitz verbracht, war an diesem Abend bei einem Freund zum Skat-Abend, wo sie relativ viel Alkohol getrunken haben und sich spät am Abend, früh in der Nacht nochmal dazu entschlossen, nochmal in Richtung Stadtfest zu ziehen und mal zu schauen, was da eigentlich los ist. Und auf ihrem Weg über die Brückenstraße, die relativ zentral in der Nähe des Karl-Marx-Denkmals in Chemnitz liegt, trafen sie vor einem Döner-Imbiss auf eine Gruppe Geflüchteter. Allen voran zwei Männer aus dem Irak, 22 Jahre alt jeweils, Fahad A. und Yusuf A. Der Fahad A. war vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen, wurde schon mehrfach abgelehnt, war eigentlich auch endgültig abgelehnt und sollte abgeschoben werden, hatte sich in verschiedenen Gerichtsverfahren dagegen gewehrt, aber er hatte eigentlich überhaupt keine Aussicht darauf, noch in Deutschland bleiben zu dürfen. Also seine Abschiebung steht kurz bevor? Sie steht kurz bevor. Im Oktober sollte er endgültig abgeschoben werden und er war in Deutschland schon wegen verschiedener Delikte auffällig geworden. Drogen zum einen, aber auch Körperverletzungen und auch in dieser Nacht mutmaßlich alkoholisiert und wohl auch unter Drogeneinfluss stehend. Das ist aber nie ganz klar geworden. Hatte er schon ziemlich viel Stunk gemacht, war in einer Shisha-Bar auffällig geworden, weil er da jemandem im Messer bedroht hat, hat in einem Schnellrestaurant zwei Deutsche als Nazis beschimpft und hatte so eine grundaggressive Stimmung. Und der also sprach und Yusuf A. war dabei, den Daniel H. an in der Nähe dieses Döner-Imbisses. Es ist nie ganz geklärt worden, worum es geht. Sehr mutmaßlich, wenn man jetzt die ganzen Zeugenaussagen sich anschaut, um entweder das Schnorren einer Zigarette oder was auch zweimal beschrieben wurde, dass er von Daniel H. quasi eine Karte haben wollte und er dabei so auf seine Nase zeigte und solche Geräusche machte. Kokain schnupfen wollte. Genau, Kokain schnupfen wollte. Und angeblich habe dann Daniel H. gesagt, lass mich in Ruhe, verpiss dich. Und daraufhin gab es wohl ein Gerangel. Laut der später formulierten Anklage sei in diesem Moment dann aus dem Döner-Imbiss noch ein dritter Geflüchteter hinzugekommen mit dem Namen Alaa S., damals 23 Jahre alt, der Fahad A. und Yusuf A. flüchtig kannte und den beiden quasi in dieser Rangelei, Schrägstrich Schlägerei, zu Hilfe gekommen sein soll. Angeblich lag Fahad A. zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden und zeigte auf Daniel H., dass der ihn also quasi irgendwie niedergerungen oder geschlagen habe. Und angeblich soll dann Alaa S. auf Daniel H. eingestochen haben, im Zusammenwirken mit Fahad A. Fünf Stiche insgesamt treffen den Oberkörper und den linken Oberarm von Daniel H., der direkt zu Boden geht und noch am Tatort verstirbt. Wir kommen gleich auf die schnellen Schlüsse, die die Staatsanwaltschaft zieht nach diesem Tod. Ich würde aber gerne einmal mit dir vorher nochmal darüber sprechen, wozu es in Chemnitz unmittelbar nach der Tat kommt. Vom Stadtfest ist keine Rede mehr. Nach diesem Tod kommt es zu Aufmärschen in Chemnitz. Die AfD und gewaltbereite Rechte marschieren Seite an Seite durch Chemnitz. Neonazis hetzen Flüchtlinge. Hitlergrüße werden gezeigt. Warum? Welche Projektionen waren da am Werk? Das Problem war, dass sich Informationen verbreiteten und zwar in Windeseile, die alle nicht von der Realität gedeckt waren. Dazu haben leider auch einige Boulevardmedien in Chemnitz vor Ort beigetragen. Es hieß ganz, ganz schnell, in der Nacht sei ein Deutscher erstochen worden von Ausländern, wie dann irgendwie immer gesagt wird. Dann sind es plötzlich keine Menschen mehr in dem Sinne, sondern man gibt ihnen sofort einen Begriff, der konnotiert ist, die kommen nicht von hier, die sind fremd, die dringen hier ein. Und genauso wurde das auch vorangetrieben. Und dann hieß es plötzlich, der Daniel H. sein Held gewesen, weil er habe sich dazwischen gestellt, als die Geflüchteten eine Frau sexuell belästigten. Und in diesem Kampf habe er eben sein Leben gelassen. Dann hieß es plötzlich, auch noch ein Zweiter sei schon gestorben. Das waren alles Informationen, die tatsächlich auch von den Medien verbreitet wurden. Und obwohl die Polizei schon relativ früh, das muss man fairerweise sagen, dagegen gewirkt hat und gesagt hat, also diese Erkenntnisse sind überhaupt nicht gedeckt, hat sich das so verselbstständigt. Und am nächsten Tag plötzlich standen eben rechte Gruppen, die es in Chemnitz leider nicht zu knapp gibt, auf den zentralen Plätzen der Stadt, marschierten da auf, jagten tatsächlich, genau wie du es sagst, Menschen, die sie nicht für Deutsche hielten durch die Stadt. Es wurden einige verletzt. Und ganz schnell hatte man so das Gefühl, und das können die Rechten leider gut, dass sie Kräfte aus ganz Deutschland mobilisiert haben. Also man hatte dann später festgestellt, kamen von überall her. Allein aus Berlin 50 gewaltbereite Rechte, das hatte der Verfassungsschutz dann auch ermittelt, aber auch aus anderen Orten, vor allem aber aus Sachsen. Im Schulterschluss mit der AfD, noch am ersten Tag, da war Daniel H., also gerade mal zwölf Stunden tot, stellt sich ein AfD-Abgeordneter dahin und sagt, man müsse die todbringende Messermigration endlich stoppen, das sei quasi Bürgerpflicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man weiß noch gar nichts zu diesem Zeitpunkt. Man weiß gar nichts und Daniel H. ist bereits eine Galionsfigur geworden. Das hast du ja geschildert. Er ist die Galionsfigur für die Linken, er ist die Galionsfigur für die Rechten. Und in dieser ganzen Diskussion bist du, glaube ich, vielleicht der einzige oder zumindest einer der wenigen Journalisten, die sich überhaupt mal den Menschen genähert haben und herausgefunden haben, was der Daniel H. überhaupt für ein Mensch war. Wer ist denn da eigentlich gestorben? Du hast ja, glaube ich, sogar den Schwiegervater getroffen. Das ist halt das Tragische an dieser Geschichte. Der Daniel H. war im Grunde genommen ein völlig unpolitischer Mensch, der von allen Seiten instrumentalisiert wurde. Der, wie du schon richtig gesagt hast, zur Galionsfigur der Linken erhoben wurde, weil er ja selbst eine Migrationsbiografie hat, dadurch, dass sein Vater Kubaner ist. Der gesagt hat, also wie toll das funktionieren kann. Der hat was aus sich gemacht. Der ist Tischler geworden. Schaut doch mal her. Ihr immer mit euren scheiß Vorurteilen. Eine Galionsfigur für die Rechten, die gesagt haben, die dann mal dieses Bindestrich deutscher Wort Kubaner mal geflissentlich weggelassen haben und gesagt, jetzt wird wieder einer von uns getötet, von diesen Geflüchteten, die immer mit Messern durch die Gegend rennen. Wir haben es euch doch allen gesagt. Die müssen alle weg hier. Und dann sitze ich also vier Wochen nach der Tat in dem Schrebergarten von Winfried F., seiner Tochter und seinem Schwiegersohn Daniel H. und dieser Mann trauererfüllt über den Verlust seines Schwiegersohnes. Ein pensionierter Gleisbauer, dem man die harte körperliche Arbeit an jeder Regung seines Körpers quasi ansehen konnte, der ging so ein bisschen gekrümmt und auch sehr langsam, saß mit mir da in diesem Schrebergarten, da verdorrten Pflaumen auf dem Boden und er sagte, das hier, dieser mit Blick auf diesen Pflaumenbaum, das war sein Lieblingsplatz. Und der Daniel, der lebte in erster Linie für die Liebe zu seiner Freundin, der Tochter von Winfried F., von der Liebe zu dem gemeinsamen Sohn, den er nicht gezeugt hat, aber dessen Vater er dennoch war. Wie alt war denn der Kleine? Der war zu dem Zeitpunkt acht oder neun und der Daniel hat den quasi angenommen, noch in der Schwangerschaft. Die sind in der Schwangerschaft zusammengekommen und er hat ihn wie seinen eigenen Sohn groß gezogen. Und auch für seinen Beruf als Tischler, das waren die drei Sachen, die ihn erfüllt haben. Und er war ein Fußballfan. Sie haben viel über Fußball gesprochen, auch der Winfried F. war ein Fußballfan und da saßen sie und fachsimpelten und genossen den Garten. Und der Vater saß, der Schwiegervater saß da also und fragte sich im Grunde genommen einfach nur, warum muss so ein feiner Mensch sterben? Keine Politik, keine Gesellschaftskritik, einfach nur der Schmerz über den Verlust. Und das ist, finde ich, das Tragische an diesem Fall, dass dieses Schicksal dieser Familie, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Jeder wollte ein Stück von dieser Leiche haben. Lass es uns mal ruhig so sagen. Jeder wollte ein Stück von dieser Leiche haben für seine... Sogar die Staatsanwaltschaft. Sogar die Staatsanwaltschaft für seine politische Agenda. Und das macht mich nach wie vor wirklich sowas von wütend. Die Staatsanwaltschaft hat ja wenige Stunden nach dem Tod von Daniel H. schon erste Ergebnisse vorgelegt. Und das zuständige Amtsgericht hat ja schon am 27. August zwei Haftbefehle erlassen. In einer vollkommen Absurdität. Das muss man mal einfach ganz klar sagen. Also die ich gerade schon mal erwähnt habe. Der Yusuf A. und der Ala S. Die beiden waren ja Teil dieses Gerangels laut der Anklage. Und auch laut einiger Zeugenaussagen waren sie auf jeden Fall am Tatort. Und die hatten sich also vom Tatort entfernt und wurden 20 Minuten nach der angenommenen Tat von einer Polizeistreife aufgegriffen, weil sie, als sie die Beamten erblickten, weggerannt sind. Da hat man sie also festgenommen. Und eine gute alte Polizistenweisheit. Wer rennt, der ist schuldig, oder? Klar, natürlich. Wissen wir doch alle. Also hatte man die beiden ja schon mal zusammen und setzte sie am nächsten Morgen vor den Haftrichter, der sich auch, Entschuldigung, nicht entblödete, zwei Haftbefehle auszustellen, ohne irgendetwas in der Hand zu haben. Also wenn man sich die Haftbefehle, die mir vorliegen, einmal anschaut, dann muss man sagen, da stimmt vorne und hinten nichts. Die Hürden, einen Menschen in Untersuchungshaft zu bringen in Deutschland, sind aus guten Gründen sehr hoch. Man muss einmal einen dringenden Tatverdacht bejahen können und eine Fluchtgefahr. Eine Fluchtgefahr kann man bei den beiden ja noch annehmen, bei Menschen, die ohnehin auf der Flucht sind, kein wirklich festes Zuhause sind, die nur geduldet sind, die also Familie woanders haben. Da kann man ja noch sagen, okay, das könnte sein. Aber woraus speist sich hier der dringende Tatverdacht? An den beiden wurden keinerlei Spuren eines Kampfes oder einer Auseinandersetzung gefunden. Also es gab keine DNA-Spuren, die einer von den beiden überführen hätte könnten. Keine Fingerabdrücke? Keine Fingerabdrücke, keine Blutspuren. Haare, Fasern? Haare, Fasern, nichts. Videoaufnahmen? Keine Videoaufnahmen. Es gab lediglich die Tatsache, dass die beiden geflohen sind vor der Polizei, was ich jetzt nicht völlig abwegig finde in einer Nacht, in der so viel Aufregung herrscht. Zwei Menschen, die mutmaßlich schon die eine oder andere Begegnung mit der Polizei hatten. Der Yusuf A., muss man dazu sagen, war zu der Zeit auch auf Bewährung. Der hatte also Angst, dass er mit irgendwas mit reingezogen werden könnte. Aber hat er was gemacht in dem Bereich? Also hat er schon mal einen Menschen angegriffen? Nein. Okay. So, also die hatten irgendwie Angst, die waren panisch, das kann man ja alles erklären. Und dann gründete sich also dieser Haftbefehl auf diese Festnahme, auf die bloße Tatsache, dass sie in der Nähe des Tatorts waren und angeblich auf die Aussagen der beiden, die sich angeblich, also das steht da noch nicht mal so drin, das steht nur, gründet sich auf die Aussagen der beiden Tatverdächtigen, weil man annahm, zumindest sollte das so erscheinen, dass sie sich gegenseitig belastet haben. Tatsächlich haben die aber beide komplett alles abgestritten. Die haben beide gesagt, ich war es nicht. Genau, ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Und in diesem Moment kann man einfach ganz klar sagen, es gibt überhaupt keine Ermittlungsergebnisse. Es ist rechtswidrig, die beiden in Haft zu nehmen. Und genau das ist aber geschehen. Und das musste auch alles ganz schnell geschehen. Das hat man dann ja ziemlich schnell festgestellt, weil eben in Chemnitz die Unruhen begann. Und man offensichtlich das Gefühl hatte, man muss quasi das Volk ein bisschen beruhigen und sagen, so wir haben die zwei. Und das führte ja noch zu einem ganz anderen großen Problem. Nicht nur zu dem Unrecht, dass diese beiden da in Urhaft saßen, ohne jegliche Handhabe eigentlich gegen sie zu haben. Sondern führt er ja auch dazu, dass die Ermittlungsbeamten ein bisschen träge wurden und sagten, naja, wir haben die beiden ja eh schon, während Fahrrad A weiter geflohen ist. Einfach gar nicht mehr Person of Interest war und sich in Ruhe absetzen konnte. Bis heute nicht gefunden wurde. Und bis heute nicht gefunden wurde. Auf welche Aussagen stürzt sich denn dann die Polizei überhaupt? Es gibt ja diesen Koch, der das Geschehen beobachtet haben will. Ich glaube aus 50 Metern Entfernung durch das Verkaufsfenster eines Dönerimbisses. Und dann im Gegenlicht der Laternen die Tat beobachtet haben will. Und das kommt aber ja auch erst später. Also diese Aussage kommt, als die beiden schon in Urhaft sitzen. Da könnte man ja jetzt sagen, gut, da kommt jetzt also eine Aussage, die den einen der beiden jedenfalls schwer belastet, nämlich den Alaa Els. Dieser Koch aus dem Dönerimbiss, der kannte den Alaa, weil der Alaa da mal eine Zeit lang auch gearbeitet hat. Der war inzwischen als Friseur angestellt. Zwei Stunden pro Tag hat er in einem Friseursalon gearbeitet, aber vorher hatte er da in diesem Dönerimbiss ausgehäuft und die kannten sich also. Und der hatte nun also ausgesagt, dass er, genau wie du sagst, im Gegenlicht der Laternen auf 50 Meter, und das ist schon sehr konservativ geschätzt. Und 50 Meter ist ja eine Menge. 50 Meter ist eine Menge, insbesondere wenn es drei Uhr nachts ist, die Laternen reinleuchten, da draußen stehen 20, 30 Leute. Es ist super laut, weil dieses Stadtfest noch immer passiert. Und also in dieser Gemengelage will er also ganz genau gesehen haben, dass der Alaa Els Stichbewegungen ausgeführt habe. Und der Daniel H. lag ja dann am Ende am Boden, also muss das ja diese Situation gewesen sein. Den Daniel hat er nicht erkannt, den kannte er ja nicht. Aber so. Das war also der Grund, warum man nun Alaa Els weiter in Haft behielt. Der Anwalt des Yusuf A. hat es in der Zwischenzeit mit einer Haftbeschwerde aber geschafft, ihn aus der Haft rauszuholen nach vier Wochen, weil einfach absolut gar nichts gegen ihn vorlag. Alaa Els blieb aufgrund dieser Aussage aber hocken. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Daniel, dann ist die Situation, wie die Staatsanwaltschaft sie rekonstruiert hat so, dass Daniel H. zwischen den beiden Männern steht und zwar unbewaffnet. Vor ihm steht der Alaa, der mehrfach auf ihn einsticht und hinter ihm den mittlerweile vergessenen Fahrrad, der ebenfalls auf ihn einsticht. Aber hat man denn überhaupt zwei Tatwaffen gefunden? Das, was mich immer noch stark beeindruckt von diesem Abend, im Nachgang der Tat wurden rund um den Tatort am Rande des Stadtfests in den Straßen insgesamt mehr als 20 Messer gefunden. Die da im Spiel waren in dieser Nacht überhaupt? Offenbar. Wo man sich fragt, welche Menschen bringen eigentlich 20 Messer mit zu einem Stadtfest und warum werfen die die alle weg? Aber davon abgesehen fand man auch die Tatwaffe. Eine Tatwaffe. Eine Tatwaffe. Ein etwa 20 Zentimeter langes Messer mit so einer grob gezackten Klinge, vorne spitz zulaufend, acht Zentimeter lang die Klinge, an der ganz klar DNA-Spuren von Daniel H. gefunden wurden, an der Spuren eines weiteren Opfers gefunden wurden. Es wurde auch ein zweiter Mann noch verletzt. Und noch eine dritte DNA-Spur, zu der wir vielleicht gleich noch kommen. Definitiv allerdings keine DNA von Yusuf A., der inzwischen ja aber auch wieder auf freiem Fuße war, aber auch keine DNA von Ala S. So, und jetzt konstruierte sich also die Staatsanwaltschaft eine Anklage später gegen Ala S. zusammen, nach der, genau wie du es beschrieben hast, diese beiden Ala und Farhad vor und hinter Daniel H. standen und gemeinsam in einem gemeinschaftlich entworfenen Tatplan mit einem Messer vorne und hinten auf ihn einstachen. Jetzt muss man sich das mal einmal vorstellen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Also man, so wie sich die Staatsanwaltschaft das offenbar vorstellt, haben die beiden also über dem Oberkörper von Daniel H. gemeinsam dieses Messer angefasst und dann abwechselnd zugestochen, weil es wurden von anderen Zeugen auch gesagt, es wurde von vorne und von hinten gestochen. Daniel H. hatte allerdings ausschließlich Stichwunden am Oberkörper vorne und am linken Oberarm vorne. Das heißt also, von hinten wurde gar nicht gestochen. In der Anklageschrift ist in einer Stelle von zwei Tatwaffen die Rede. Hinterher, aber weil sie ja nur eine gefunden haben, haben sie sich dann diese Konstruktion gebastelt, dass es doch nur die eine war und die beide das gemeinsam gemacht haben. Wo jeder, der auch nur ansatzweise gesunden Menschenverstand besitzt, ist vollkommen realitätsfremd. Das ist unglaublich. Vollkommen realitätsfremd. Und je weiter das Gedieh dieser Fall und dieser Anklage, die ich dann einsehen konnte vor dem Prozess, war klar, für mich absolut klar, für fast alle anderen Beobachter absolut klar, das war eine politisch motivierte Anklageschrift, weil man den, der es eigentlich war, Fahad A., der es in der Nacht noch gegenüber zwei Zeugen selbst bekundet hatte, unter anderem Yusuf A., der teilweise auch in Untersuchungshaft saß und noch gegenüber einem weiteren Zeug, hatte er zwei Mal gesagt, ich habe zugestochen. Aber der ist flüchtig. Aber er ist halt flüchtig. Kann man nicht anklagen. Den können wir dem Volk nicht präsentieren, lass es uns mal so klar sagen. Den können wir hier nicht vorführen, also muss hier jemand anderes büchen. Stellvertreter. Ja. Du warst ja auch beim Prozess, du hast ja den Prozess verfolgt, weil es ist ja leider nicht dabei geblieben, dass man diesen Menschen dem Volk zum Frass vorgeworfen hat, sondern es kommt ja zu einer Verurteilung. Du hast den Prozess verfolgt. Der Prozess hatte ja stattgefunden im Hochsicherheitssaal im Oberlandesgericht Dresden, weil man auch Angst hat vor Ausschreitungen gegen A.L.A.S. und auch sonst war der Prozess, glaube ich, mit allen möglichen Erwartungen überfrachtet. Der sollte die Gegensätze beruhigen, der sollte das ganze Land im Grunde beruhigen. Wie haben sich denn die politisch Verantwortlichen eigentlich verhalten? Sind die neutral geblieben? Das war für mich wirklich der schlimmste Moment eigentlich fast. Die ansonsten politisch unauffällige SPD-Bürgermeisterin, damalige Bürgermeisterin Barbara Ludwig, sie ist es seit 2020 nicht mehr, weil sie selbst nicht mehr angetreten ist, hat damals in einem Gespräch mit der Taz kurz vor Prozessbeginn gesagt, sie wünsche sich natürlich eine rechtsstaatliche Aufklärung, aber noch mehr würde sie sich eine Verurteilung wünschen, das muss man sich mal vorstellen, weil sonst würde es für Chemnitz schwierig. Das bedeutet, sie will, dass jemand schuldig ist. Ja, sie will, dass jemand verurteilt wird, weil sie Angst hat, dass die Unruhen, die zu dem Zeitpunkt, als der Prozess begann, wieder abgekocht waren, Chemnitz hatte ja nicht nur ein, zwei Tage Unruhe, und da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf, sondern das ging ja über Wochen. Die Regierungskrise, die sich anschloss, hast du schon mal kurz angerissen am Anfang, da kommen wir vielleicht gleich drauf, aber in Chemnitz hatte sich also vor Prozessbeginn endlich mal alles so ein bisschen beruhigt. Und ich glaube, sie hatte einfach Angst, Klammer auf, nicht ganz zu Unrecht, Klammer zu, dass wenn dieser Prozess anders ausgehen würde, als sich das der rechte Mob gewünscht hat, dass Chemnitz brennt. So eindeutig muss man es, glaube ich, formulieren. Und diese Angst kann man ja verstehen als Oberbürgermeisterin, dass es wieder Unruhen gibt, dass die Schlagzeilen wieder schlimm sind, dass Chemnitz wieder mal zu Chiffre für rechte Gewalt wird. Das kann man alles verstehen, aber man kann es nicht eine Sekunde verstehen und man darf es nicht eine Sekunde tolerieren, dass eine gewählte, demokratisch gewählte Oberbürgermeisterin dafür jedes rechtsstaatliche Prinzip fahren lässt und sagt, ja, ich wünsche mir eine Verurteilung, das wäre sonst schwierig für uns. Wo leben wir denn? Und ihr Wunsch wird ja auch wahr. Ihr Wunsch wird erfüllt und das war eigentlich im Grunde genommen das Schreckliche an der Sache, dass das vom ersten Tag an feststand. Man hatte das Gefühl, das hat die sehr engagierte Strafverteidigerin Ricarda Lange auch von Anfang an gesagt und dann zum Abschluss des Prozesses, als es das Urteil dann gab gegen Allah S., das Urteil stand vom ersten Tag an fest. Es gab hier nie ein rechtsstaatlich faires Verfahren für unseren Mandanten und damit hat sie von vorne bis hinten recht. Wer diesen Prozess beigewohnt hat, wer gesehen hat, wie jegliche Beweise, ich setze das hier mal in Anführungszeichen, Sie können das gerade nicht sehen, ich hoffe es, Sie haben es gehört, wenn ich es mitgesprochen habe, jegliche Beweise, jegliche Indizien, die auch nur in die Richtung deuteten, dass Allah Estas gewesen sein konnten, sind im Grunde genommen im Laufe des Prozesses völlig zertrümmert worden. Der Koch, über den wir geredet haben, von diesem Dönerimbiss, der hat bei der Polizei ausgesagt, er habe Stichbewegungen gesehen. Er hat dann bei einer weiteren Vernehmung das aber schon wieder zurückgezogen und hat gesagt, naja, Stichbewegungen kann ich eigentlich so nicht sagen, es waren eher so Schlagbewegungen. Als er dann vor Gericht als Zeuge auftrat, hat er gesagt, er will eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Das, und das hat sicherlich auch mit zu dem Urteilsspruch geführt, lag wohl daran, dass aus dem Umfeld von Allah Estas dieser Koch bedroht wurde. Der lebt auch bis heute noch im Zeugenschutz, der hat schiere Angst um sein Leben. Das kann man ja auch verstehen, ob Allah Estas da jetzt hinter steckt, wer diese Leute dahin geschickt hat zu ihm, die ihn unter Druck gesetzt haben. Und man weiß ja auch nicht, was die Motivation war, ob sie gesagt haben, ja, der ist schuldig und die wollen quasi dem das ausreden oder ob die Motivation einfach war, ey, du musst doch jetzt endlich mal die Wahrheit sagen, weil er war es doch nicht, Klammer auf, das glaube ich, Klammer zu, müssen wir nicht drüber reden, das geht nicht, man kann keine Zeugen unter Druck setzen. Es darf einfach nicht passieren und was diesem Koch passiert ist, ist schlimm. Aber der ist quasi vor Gericht völlig zusammengebrochen, der wollte gar nichts mehr sagen und am Ende des Tages hatte er sich also viermal diametral widersprochen, hat er auch einmal gesagt, dass er nicht nur die Bewegung gesehen hat, sondern dass er ganz klar gesehen hat, wie der Daniel H. geschlagen wurde. Ein anderer Zeuge hatte auch noch dazu gesagt, dass der Allah Est auf ihn eingetreten habe, als dieser am Boden lag. Beides kann überhaupt nicht sein, weil es keine einzige Spur an Daniel H.'s Körper gab von stumpfer Gewalt in Wirkung, ist also absolut unmöglich. Es gab eben nur, in Anführungsstrichen, diese Stichverletzungen mit einem Messer, an dessen Griff keine DNA von Allah Est festgestellt werden konnte. Und darüber hinaus, das wollen wir auch nochmal sagen, diese Kleidung, die er anhatte, die wurde ja komplett auch durchsucht. Er war ja nur 20 Minuten später festgenommen worden. Es war also unmöglich, dass er sich in der Zeit gewaschen, umgezogen und so weiter gereinigt hat, dass keine Spuren mehr übrig bleiben. Es gab noch eine Zeugenaussage eines Passanten, der den Allah Est erkannt haben will, weil der sein Friseur war. Der ist an ihm vorbeigerannt und hat ihm an die Schulter gefasst. Also der Allah Est diesem Zeugen. Der Kochzeuge, der Kronzeuge quasi, hatte ganz klar ausgesagt, dass der Allah Est mit blutverschmierten Händen an ihm vorbeigerannt sei. Keine zwei Minuten später rennt er also an diesem Zeugen vorbei, fasst ihn an die Schulter, aber dieser Zeuge hat keinerlei Blutspuren. Er hat keine Blutspuren und hat auch kein Blut gesehen. Und hat auch kein Blut gesehen. Von diesen blutverschmierten Händen wollte der Koch am Ende des Tages übrigens auch nichts mehr wissen. Was hat der Allah denn dann bekommen? Allah Est wurde am Ende des Tages zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der sitzt also noch. Der sitzt noch. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass in der Urteilsbegründung die Vorsitzende Richterin als allererstes mal sagte, alle Zweifel über die Schuld des Angeklagten sind während der Hauptverhandlung ausgeräumt worden. Siehst du nicht so. Sehe nicht nur ich nicht so, sondern alle Beobachter dieses Prozesses, mit Ausnahme eben der Kammer, der Staatsanwaltschaft und der Nebenklagevertreter. Aber alle anderen sagen, die Zweifel sind ja eher viel größer geworden. Und dass diese Zweifel quasi komplett ausgeräumt seien, ist absoluter Wahnsinn. Es stimmt einfach nicht. Und sie machen es sich halt sehr, sehr einfach in ihrem Urteil. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht als kleiner Zusatz darüber, wie arbeitet so eine Kammer. Es gilt die freie Beweiswürdigung durch die Kammer. Dafür gibt es im Grunde genommen keine komplett festgeschriebenen Regeln. Natürlich können die nicht einfach einen komplett Unschuldigen ohne jegliches Indiz verurteilen. Das ist ja klar. Aber im Grunde genommen gilt die freie Beweiswürdigung. Wenn Sie die Beweise und Indizien, die Sie vorliegen haben, so deuten und alle gesamt zu der Überzeugung gelangen, er ist schuldig, dann ist das erst mal so. So, dann kann man da, das kann man anfechten natürlich mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Aber das passiert nicht im luftleeren Raum, wie so eine Kammer urteilt. Aber das ist erst mal Fakt. Also es gilt die freie Beweiswürdigung und die muss zur Überzeugung der Kammer geführt sein. So, das so als kleiner Ausritt. Und die saßen dann da also in völliger Überzeugung, dass dieser junge Mann schuldig ist, während alle anderen sich fragten, wie in Gottes Namen kommt ihr dazu. Hatte denn dieses Urteil die von politischer Seite erwünschte Wirkung? Also ist das eingetreten, was die Barbara Ludwig gehofft hat? Hat das Chemnitz beruhigt? Hat das Deutschland beruhigt? Es ist jedenfalls eigenartig. Der Prozess war eigentlich angesetzt bis Oktober 2019. Und am Ende ging dann plötzlich alles ganz, ganz schnell und das Urteil fiel also viel früher, bereits im August 2019. Und man kann das jetzt natürlich einen Zufall nennen, dass das ein paar wenige Tage vor dem Jahrestag dieser Tat und eine kurze Zeit, ich glaube ein oder zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen. Kann Zufall sein, muss aber nicht. Muss das aber nicht. Und das ist genau das Ding. Also auch daran zeigte sich für mich mal wieder, dass das einfach ein politischer Prozess ist. Und natürlich waren, glaube ich, alle Verantwortlichen in Chemnitz sehr, sehr froh über dieses Urteil. Und zu dieser Zeit gab es dann auch keine weiteren Krawalle, die man ansonsten allerdings hätte befürchten müssen. Das muss man klar so sagen. Ich möchte vielleicht nochmal einmal ganz kurz, um diese Absurdität des Urteils nochmal darzulegen. Es gibt so irritierende Feststellungen in diesem Urteil. In der Urteilsschrift, die du kennst. In der Urteilsschrift, in der abgefassten Version. Da heißt es an einer Stelle, der Angeklagte à la es und sein mutmaßlicher bis heute nicht gefasster Mittäter, das immerhin haben sie auch klar erkannt, dass der Fahad A., der da auf der Flucht ist, definitiv dabei war. Gegen den gibt es hier noch einen internationalen Haftbefehl. Genau, den gibt es nach wie vor. Dass die also beide, Zitat, nahezu zeitgleich auf das Opfer Daniel H. eingestochen haben. Und jetzt wieder, Zitat, jeder mit einem Messer. Das ist natürlich ein interessanter Kniff. Das kann natürlich zum einen bedeuten, jeder hatte selbst ein Messer. Und sie gehen einfach davon aus, dass das zweite Tatmesser nie gefunden wurde. Klammer auf, kann gar nicht sein, weil das rechtsmedizinische Gutachten mit nahezu angrenzender Sicherheit davon ausgeht, dass diese fünf Verletzungen noch von einem Messer stammten. Und sie an anderer Stelle aber trotzdem sagen, ein zweites Tatmesser kann nicht ausgeschlossen werden. Das ist natürlich ein Taschenspielertrick. Kein Rechtsmediziner wird jemals sagen, es ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Die sagen, es ist eine 99,99-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass dieses 0,01 Prozent auch noch übrig ist. Und das deutet natürlich einfach auf die Erfahrenheit dieser Kammer hin, die schon weiß, wie man ein Urteil revisionsfest schreibt. Denn man muss über das Revisionsverfahren wissen, das natürlich angestrengt wurde sofort im Anschluss von den Verteidigerinnen des ALAS. Der BGH überprüft ja keine Beweise in dem Sinne, sondern es geht da eher um formale Fehler in der Arbeit des Gerichts beim Prozess. Und die wurden nicht beanstandet. Genau, also hier verwirft der Bundesgerichtshof die Revision. Also das bedeutet, das Urteil ist rechtskräftig. Das Urteil ist rechtskräftig. ALAS sitzt jetzt also seit vier Jahren ziemlich genau in Haft. Neuneinhalb Jahre hat er bekommen. Das heißt, bei der Halbzeit gibt es eine theoretische Möglichkeit, wenn er jetzt sagen würde, ich möchte gerne zur Halbstrafe abgeschoben werden. Wenn dann alle zustimmen, dann könnte er quasi nach Syrien zurückgeführt werden. Ansonsten wird das wahrscheinlich automatisch nach der Zweidrittelstrafe wahrscheinlich. Dann wird er abgeschoben und wieder zurück nach Syrien gebracht. Wie ist es denn in der Regierung weitergegangen, Daniel? Wir hatten schon am Anfang darüber gesprochen, dass es da auch heftige Diskussionen gab, insbesondere um den Begriff der Hetzjagd. Das politische Klima zu dieser Zeit war ja sehr stark auch davon getragen, dass sich gerade in den östlichen Bundesländern die CDU, naja, sagen wir mal argumentativ hin und wieder mal an die AfD anlehnte. Es sich zumindest geöffnet hat. Und vielleicht sich auch ein bisschen geöffnet hat dahingehend. Und zu dieser Zeit brach das natürlich durch diese Tat auf. Und die SPD, der damalige Koalitionspartner der CDU in der Bundesregierung, dem stieß es natürlich unheimlich sauer auf, dass sie das Gefühl hatten, dass sich die eigenen Koalitionspartner einer Partei annäherten, die für ihre Begriffe und auch für meine nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und Horst Seehofer hatte ja damals schon, da gab es diese legendäre Pressekonferenz, auf der er sich freute, dass zu seinem, ich weiß es nicht mehr genau, 65. Geburtstag, 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden als Geburtstagsgeschenk. So, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das war unser Innenminister. Und in diese politische Gemengelage kam also diese Tat und kamen die Krawalle und Hetzjagden. Und ich benutze dieses Wort ganz, ganz ausdrücklich so, auch wenn darüber so viel gestritten wurde, weil es nichts anderes war. Es gab diese Jagd. Es wurde auch nachher Gaskar bewiesen. Da hat sich die Süddeutsche Zeitung sehr verdient gemacht mit einigen Recherchen, die auch Videos ausgegraben haben, die das bewiesen. Und zu der Zeit war es aber so, dass der dem rechten Flügel der CDU nahe Hans-Georg Maaßen, damals Verfassungsschutzpräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, quasi in einem Bild-Zeitungsinterview sagte, das habe es nicht gegeben, es gäbe überhaupt keine Beweise für Hetzjagden. Dann sind alle möglichen Videos aufgetaucht. Ganz genau. Und man hatte sich auch schon, also auch der Weg, den er gesucht hat, um das der Öffentlichkeit mitzuteilen, sprich die Bild-Zeitung. Also, ja, ich möchte das gar nicht weiter kommentieren, aber es spricht ja Bände, dass er das da macht und nicht irgendwie in einer offiziellen Verkündung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, weil er nämlich weiß, dass die Leute, die in seinem Backoffice arbeiten, das ganz anders sehen. Der das also auch für seine politische Agenda schon benutzt hat. Das gab unheimliche Reibereien innerhalb der Regierungsparteien und hat dazu geführt, dass diese Regierung im Grunde genommen kurz vor dem Zusammenbruch war, nachdem sie ja eigentlich erst ein Jahr vorher gestartet war, weil alle gegen alle waren und Seehofer da seine Linie durchgeboxt hat, dann auch ein neues Gesetz im Anschluss aufs Gleis gesetzt hat, das geordnete Rückkehrgesetz, also eine Verschärfung der Abschiebepraktiken durchgesetzt hat, über die er sich dann ja auch so gefreut hat, wo im Grunde genommen alle anderen Parteien mit dem Kopf geschüttelt haben, als es dann ein bisschen entschärft wurde. Da hat die SPD in Teilen dann auch zugestimmt später. Aber das sind alles so Sachen, das muss man sich mal vorstellen, dass quasi ein Totschlag auf einem Stadtfest in Chemnitz, schlimme Tat, keine Frage, aber ja keine politische Fanaltat, sondern ein Einzelfall, dass der so etwas ausgelöst hat. Das zeigt ja einfach, wie brüchig diese Situation, die Gesellschaft auch war und wie sehr die Leute irgendwie drauf gewartet haben, dass sie endlich mal raus können mit ihren Emotionen. Und das haben wir eben in den Tagen nach dieser Nacht auf den Straßen von Chemnitz gesehen. Übrigens... Wie ein Pulverfass. Ja, wie ein Pulverfass. Man wartet darauf jetzt und jetzt ist es geschehen und alles bricht sich bahn. Jede Emotion. Genau, die saßen auf dem Pulverfass und dann gab es diesen Funkenschlag. Das ist ein super Bild. Genau so ist es. Und man muss aber auch nochmal fairerweise sagen, ich echauffiere mich hier die ganze Zeit über unsere Gesellschaft und den rechten Mob und die Bürger, die da gegen Geflüchtete sturmgelaufen sind. Man muss aber auch nochmal eine Lanze brechen für die Zivilgesellschaft, die natürlich auch wahnsinnig starke Signale ausgesendet hat danach. Auch Gegensignale, ne? Genau, also wenige Tage nach der Tat kamen in Chemnitz 75.000 Leute zu einem Konzert zusammen unter dem Hashtag Wir sind mehr, der meist getrennete Hashtag des Jahres 2018 übrigens. Was auch zeigt, dass viele Leute dahinter standen und viele Leute ihre Sympathien bekundet haben für diesen Zusammenschluss der Zivilgesellschaft gegen rechtsextreme Kräfte, gegen rechtes Gedankengut, gegen Ausländerfeindlichkeit. Und das berührt mich heute noch, wie auch, wer sich so ein bisschen mit Musikgeschichte, deutscher Rockgeschichte auseinandersetzt, weiß, dass die Ärzte und die Toten Hosen jetzt nicht unbedingt immer die besten Freunde waren, lange Konkurrenzbands waren, wie die gemeinsam auf der Bühne standen. Wie große Künstler aus Chemnitz, Kraftklub, die daherkommen, die ja auch gesungen haben Wir wollen nicht nach Berlin, die stolz auf ihre Stadt sind, die vor Ort auch was bewirken wollen, gegen die rechten Kräfte, die eben, wie gesagt, sehr stark sind in Chemnitz. Materia als ostdeutscher Künstler aus Rostock dahin gekommen, Casper als Rapper aus dem Westen, also die haben sich auch von überall eben, um eben zu sagen, we are a united front gegen diesen rechtsgerichteten Ruck, der hier gerade durch Deutschland leider geht. Und das waren quasi die positiven Zeichen, die es auch gab. Lieber Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns diesen Fall heute näher gebracht hast, in all seiner Komplexität, mit den gesamten Auswirkungen bis hin zur Bundesregierung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen und Euch. In zwei Wochen sind Sabine Rückert und Andreas Sendker an dieser Stelle wieder zu hören. Untertitelung des ZDF, 2020